Nein. So, komm, na, ach, Mann, ooo, ihr ärgert mich. Hoch da, jawoll. Okay, ich werde in die Richtung hier weitergehen. Irgendwo muss aber was Tolles gewesen sein. Wie tief war ich denn? Ich kann mich daran gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber anscheinend schon sehr, sehr tief. Ach, da unten war ich auch schon, ne? So, hier war ich auch schon. Kann sein, dass es jetzt irgendwann gar nicht mehr tiefer geht. Na, wahrscheinlich geht es eh noch tiefer. Ich stelle hier wahrscheinlich wieder irgendwelche Theorien auf. Jawoll, der hat einen Helm. Den will ich haben, den will ich haben. Ob ich den von ihm bekomme? Geil wär's ja. Aber das finde ich gleich heraus. Na, loslassen. Erstmal gucken, ist er so ne Art Boss? Ne, er hat auch nicht so viel. Los, Gruben-Louis. Komm mal raus hier. Boah, ach, kommt ein Wurm. Ein Wurm anstatt Gruben-Louis. Ja, das machen wir hier auf so ne Art Viking-Technik. Habe ich jetzt nen Helm bekommen? Ach man, hey, ich dachte schon. Hätte mich gefreut. Wirklich. Ohne Scheiß jetzt und so. Aber glaubt ja wieder keiner. Okay, hier mit der altbewährten Technik weiter. Moment, bevor der Schleim da nervt. So. 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 Aber überall nur noch Wasser. Wasser nervt. Wasser ist voll uncool. So, so, so. So, so, so. Und weiter geht's nach unten. Und ich frag mich, wie weit das hier noch gehen soll. Ja, aber ich rüste mich, äh, immer weiter. Wofür auch immer. Und da unten, da links, da ist auch ganz viel Wasser. Also überall nur noch Wasser. Das ist ja hässchen. Es ärgert mich, es ärgert mich. Ihr ärgert mich alle. Na, also ihr nicht, sondern hier das Spiel und so. Hm. Mal gucken, dass wir da nicht ganz gut sind. Ganz so tief fallen. Drei Fledermäuse, das wird jetzt auch gleich wieder schön gemein. Und ich höre auch schon wieder ganz andere Gestalten. So. Okay, das war's auch schon. Oh, da ist wieder irgendein tolles Irgendwas-Gestein. Nehmen wir mit. Ein Topaz. Ich frag mich mal, ob dieses Glitzergras da irgendeinen tiefgehenderen Sinn hat. Oh, hier. Eisen und Silber. Das fand ich jetzt mal wieder gut. Und da noch Licht. Gold, Eisen, Silber. Alles, was das Herz begehrt. Äh. Eisensilber und Gold. Hab ich nie gewollt. Na so. Komm, 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 komm. Voll ab, voll ab, voll ab, voll ab. Ja. Ja. Es geht auch umständlich, ne. Warum einfach, wenn man's auch kompliziert machen kann. Aber auch, äh, diese Weisheit habe ich, glaub ich, schon öfter mal erwähnt. Einfach ist doch, äh, ja. Was ich auch schon mal gesagt habe, weil einfach, einfach, einfach ist. Ja. So. Und weiter geht's. Wir holen uns Eisen. Eisen, Eisen. Lalalala. Ich mag dich so, du Eisen. Ähm. Jetzt will ich natürlich gucken. Da kommt ja eine Höhle, ne. Also gehen wir da weiter. Ja. Immer der Nase nach. Aber hauptsächlich dahin, wo es das meiste Gold gibt. Gold, Eisen, äh, Silber, irgendwas noch. Was halt alles dazu gehört. So, 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 so. Da kommt schon die erste Fledermaus. So. Aber die wird, ähm, ja, kurzerhand einfach mit weggehackt. Wahrscheinlich ausgerechnet kommt dann, wenn ich hier meine Fackel irgendwo hinsetzen will. So. Ach, die Wurfmesser. Ja, klasse. Also mit Wurfmesser nicht auf. Äh, Fledermäusen. Äh, Fledermäusen. Fledermäuse schießen, werfen. Das ist, äh, irgendwie untunlich. So. Klasse. Viel gefunden. Wo geht's weiter? Beziehungsweise, wo geht's für mich weiter? Das scheint mir so, als wenn es dort immer dunkler wird und ich immer weniger weit durch die Erde gucken kann. Naja, genaueres finden wir gleich heraus. Und tschüss. Ich lass mich mal runter. Oh, ich höre auf jeden Fall irgendwelche Viecher rumkrakehlen. So, 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 so. Ähm, einmal Licht. Da unten kann ich dann auch noch weiter. Modderweg. Da Licht. Hier ein bisschen Erde, da ein bisschen Erde, da noch ein bisschen Zucker und fertig ist der Kuchen. Hm, das erinnert mich an letzte Höhle. Irgendwohin gelaufen für zwei Bomben. Na, immerhin zwei Bomben. Besser als, ähm, gar nichts. Oder, ja, nichts. Oder auch, ähm, überhaupt nichts. Oder auch gar nichts. So, Qualle, sobald du stirbst, seh ich nichts mehr. Zumindest kurzzeitig. Jetzt seh ich wieder was. Ja, wie machen wir das? Mein Plan ist einfach wieder, ja, die gute alte Tunneltechnik ein bisschen weiter rüber, damit wir nicht gleich im Wasser landen. Einmal Licht. Und abwärts. Ja, 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 ja. Unterwegs, ähm, könnten wir gucken, ob wir noch Eisen finden. Ach, wir haben unterwegs Eisen gefunden. Welch ein Zufall. So, 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 so. Ach ja, und das ist gar nicht mal so wenig. Das finde ich schon mal gut. Hm. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne. Einfach auf der Stelle stehen, immer die Maus dorthin bewegen, wo man es gerade braucht, um irgendwas abzubauen. Und währenddessen, ähm, ja, klatschen wir hier einfach mit unserem Kadaver Stück für Stück in die Tiefe. Oh, kommt hier wenigstens rechts eine richtige Höhle? Oder ist das auch bloß wieder so ein kleines abgebrochenes Würstelchen? Da unten kommt auf jeden Fall was Tieferes. Oder was Größeres. Da ist wieder so ein Typie mit nem Helm. Ja, da er den Helm anscheinend eh nicht fallen lässt, bringt mir das relativ wenig. Da hätte ich mich ja vorhin sehr drüber gefreut. Hups. Na, da oben. Oh, aber rechts da ist was Schönes. Sehe ich gerade. Irgendwelche Ampheliten oder wie auch immer die gerade heißen. Na, so. Hä? Bin ich voll? Was hauen wir denn da weg? Mord, da hauen wir weg. Ja, ab in die Tonne. Ach, ist das nervig. Da bin ich schon wieder voll. Ich bin voll. Das da hin. Ist aber noch ein Rest. Kommt weg. Was ist denn das alles hier? Mensch, das ist ein Kindernä. So, wie weit gehts jetzt da runter? Ich hoffe, ich werde gemütlich fallen. Und nicht zu hart aufschlagen. Und ich hoffe, ich find mal wieder ne Truhe. Dafür mach ich ja hauptsächlich den Kram hier. Oh Gott, Gott, Gott. Lava. Lava ist neu. Lava ist tatsächlich neu. So, Nummer eins. Nummer zwei. Und Licht bitte. Vier Licht bitte. Okay. Uh, da nach oben. Da kommt ja noch einiges. Was ist das da für ein Gestein über der Lava? Uh, guck mal rechts. Da sind wieder Edelsteine. Was ist das hier für ein Gestein? He, ein Gestein, was ich nicht abbauen kann. Na, klasse. Geht das so schon wieder weiter. Ja, warum auch? Also, pfff. Ist alles völlig überbewertet. Wie heißt denn der? Sagt er mir nicht mal. Hm. Womit kann ich das jetzt abbauen? Vielleicht mit einer anderen Hacke? Was hab ich jetzt zur Zeit für eine? Eisen. Vielleicht brauche ich dafür Gold oder sowas? Ich könnte es natürlich versuchen, mir fix eine Gold-Spitzhacke zu machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber versuchen können wir es. Ich müsste nur sämtliches Crafting-Zeugs, also was ich so brauche. So Crafting-Table und so. Oh. 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 Oh, komm her, du dumme Wurm. Ah. Da ist ja bloß ein kleiner. Zack. Also, wir brauchen einen Crafting-Table. Zack. Hm. So, komm mal her. Ach so. Ach so. So, die Fackeln können da hin. So, haben wir dafür Platz. Hier haben wir Stein. Ist hier irgendwas, was noch zusammenliegen sollte? Kann. Wie auch immer. Ach, da kommt schon wieder der nächste Wurm. So, der ist jetzt weg. Ach so, die Workbench haben wir hier schon so und so. Zack. Jetzt hätte ich gerne... Oh, wie war denn das mit dem Ofen? Kann ich hier einen machen? Oh, was ist das? Statue. Na, die brauche ich nicht. Einen Ofen brauche ich. Ach man, oh. Was mache ich denn? Was tue ich denn? So. Einen Ofen. Jetzt brauche ich noch einen Amboss. Kriegen wir das hin. Ein Amboss, ein Amboss. Hallo? Ich bekomme keinen Amboss. Äh, was braucht ihr denn? Dafür brauche ich mehr Eisen oder was? Ah, wie wäre es mit Eisenbarren? Hm. So. Jetzt bekommen wir auch einen Amboss. Dafür schmeißen wir weg dieses blöde Leuchtgras. Ach. Ach. Die Würmer. Die Würmer. Die Würmer. Die Nerven. So. Und jetzt möchte ich mir eine bessere Spitzhacke machen. Kann ich mir überhaupt eine Spitzhacke machen? Hallo. Holz. Ähm. Ich kann mir gar keine Spitzhacke machen. Keine bessere. Das hier war gerade alles komplett für die Katz. Och man. Ja, vielleicht brauche ich einfach bloß für die Goldspitzhacke noch etwas mehr Zeugs. Also etwas mehr Gold. Aber ich könnte mir ja versuchen, die Stelle hier zu merken. Halt. Ähm. Mordere. Mordere. Hallo? Mordere. Nicht Mordere. Dreck. So. So. Du kommst gleich wieder weg. Dreck. So. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöd. Fuck. Fuck. Oh, bis ich hier mal die Waffe gewählt habe. Nein, 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 nein. Und warum das Ganze? Weil ich es nicht hinbekomme, die Waffe rechtzeitig auszuwählen. Einzig und allein deswegen. Und das nervt mich gerade. Es nervt mich, es nervt mich. Mann. Ach, Moment. So, ach, warte auf die Tür. So, was haben wir hier? Äh. Ja, so, du weg. Du weg. Metalle hatte ich anscheinend irgendwo anders. Was ist denn hier noch so? Ja, den Heiltrank, den behalte ich mal bei mir. So, du kommst weg. Silberbarren kommt weg. Spinnenwebel, ich sehe hier einfach gar nicht durch. Achso, hä? Ach, das waren doch Bombs. Okay.